Langsam hebt sich der dichte Nebel und nach Monaten der Kälte entlässt der Winter den Nordwesten der USA, endlich aus seinem eisigen Griff. Bäume und Sträucher haben die weisse Last bereits abgeschüttelt, nur die Berggipfel sind noch von Schnee bedeckt. In den Tälern ist der Wald zu neuem Leben erwacht, Luchse durchstreifen ihr Revier und die mächtigen Vapitis können sich nun endlich von den Strapazen des Winters erholen. Ein Hauch von Frühling liegt in der Luft. Weisskopfseeadler ziehen ihre Kreise über dem Spirit Lake. Und über allem thront einer der schönsten Berge Amerikas, der Mount St. Helens. Doch am Morgen des 18. Mai 1980 ist alles anders. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Binnen wenigen Minuten hat der Ausbruch des Vulkans das Land in eine Mondlandschaft verwandelt. 57 Menschen kommen ums Leben, unzählige Tiere verenden. Es ist die grösste Eruption der Neuzeit auf amerikanischem Boden. Wird sich der verwüstete Berg jemals von dieser Katastrophe erholen? Wird die Natur das geschundene Land wieder zurückerobern können? Charlie Christopher Lee hat einen Grossteil seines Lebens damit verbracht, dieses Gebiet zu erforschen. Seit drei Jahrzehnten versucht er gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern diese Fragen zu beantworten. Das ist die Geschichte von der Wiederkehr der Natur an den Mount St. Helens. Die Geschichte vom Sieg des Lebens über den Tod. Bald nach dem Vulkanausbruch traf der amerikanische Kongress eine historische Entscheidung. Der Mount St. Helens wurde zu einem Schutzgebiet erklärt. Grosse Teile sind seit damals nur Wissenschaftlern zugänglich. So entstand das grösste Forschungslabor der Erde. Der Biologe Charlie Christopher Lee war von Anfang an dabei. Wir kamen 1980, wenige Tage nach dem Ausbruch an den Mount St. Helens. Wir waren mit einem Helikopter von einem der umliegenden Waldgebiete aufgebrochen. Als ich hier eintraf, war ich völlig schockiert, richtiggehend sprachlos. Ich konnte einfach nicht glauben, was ich sah. Soweit das Auge reichte, gab es kein einziges Anzeichen von Leben. Ich fragte mich, ob Tiere oder Pflanzen so eine Katastrophe überhaupt überleben können. Ob es jemals wieder so aussehen würde wie früher. Würde es die Natur schaffen, das Land wieder zu besiedeln? Der Mount St. Helens liegt an einer geologisch äusserst aktiven Zone. Er ist Teil des sogenannten Ring of Fire, des Pazifischen Feuerrings. Dieser Vulkangürtel umschliesst den gesamten Pazifischen Ozean. Von der Beringstrasse bis Neuseeland und von Südamerika bis Alaska. Entlang dieses Gürtels stossen und zerren Kontinentalplatten aneinander. Und das führt immer wieder zu verheerenden Erdbeben und schweren Vulkanausbrüchen. Der Mount St. Helens sitzt auf einem dieser Hotspots. Gemeinsam mit drei anderen Vulkanen. Dem Mount Hood im Süden. Dem Mount Rainier im Norden. Und im Osten, dem Mount Adams. Zusammen bilden sie ein gefährliches vulkanisches Quartet. Unweit des Mount St. Helens wird die kleine Juan de Fucca-Platte langsam unter die riesige nordamerikanische Kontinentalscholle gedrückt und aufgeschmolzen. Durch Risse im Erdmantel steigt das geschmolzene Gestein nach oben, kühlt ab und verschliesst die Risse. Wird der Druck im Vulkan zu gross, explodiert der Berg. Genau das geschieht am Morgen des 18. Mai 1980. Das ist die Rekonstruktion der Katastrophe in Echtzeit. Basierend auf 24 Fotos. Um 8.32 Uhr lässt ein Erdbeben die gesamte Nordflanke des Mount St. Helens abrutschen. Eine gigantische Schlamm- und Gerölllawine, durchsetzt mit Eis und Schnee, donnert ins Tal. Von der Last des Berghangs befreit, entlädt sich die im Inneren des Vulkans aufgestaute Energie in einer verheerenden Explosion. Nach dem Erdrutsch überrollt eine mehr als 300 Grad heisse Glutlawine aus Gas, Geröll, zerschmetterten Bäumen und Felsblöcken die Wälder und walzt alles nieder. Teile der Erdmassen stürzen in den Spirit Lake und türmen das Wasser des Sees zu einer gewaltigen Flutwelle auf. Diese Wälder rast über den See und prallt an die gegenüberliegende Bergkette. Erst aus der Satellitenperspektive lässt sich das Ausmass der Zerstörung erkennen. Binnen weniger Minuten hat der Vulkan eine Fläche eineinhalbmal so gross wie Wien verwüstet. Am stärksten ist das Gebiet direkt unter dem Krater betroffen. Die Gerölllawine hat den Wald weggerissen und verschüttet. Riesige Eisblöcke, die zu Tal gedonnert waren, schmolzen. In der glühenden Hitze der pyroklastischen Ströme verwandelte sich das Eis schlagartig in Dampf und riss unzählige Krater in das Land. Zurück blieb nichts als dampfender Bimmstein. Alles Leben wurde ausgelöscht. Auch im Spirit Lake wurde vielleicht mit Ausnahme einiger Bakterien alles Leben vernichtet. Das heisse Geröll und die vulkanischen Gase der Druckwelle haben das Wasser zum Kochen gebracht. Die Gerölllawine ließ den Wasserspiegel des Sees um mehr als 60 Meter ansteigen. Und die Flutwelle riss hunderttausende Bäume, Tonnen von Gestein und unzählige Tierkadaver in den See. Der Spirit Lake ist zwar nicht verschwunden, aber die heisse, dampfende Brühe hat mit einem klaren Bergsee nichts mehr gemeinsam. Das Tal des Tudel River wird ebenfalls von der vollen Wucht des Ausbruchs erfasst. 21 Kilometer weit rast eine Schlamm- und Gerölllawine das Flusstal hinunter und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Heute ist das Tal rund 40 Meter tief unter Schutt und Asche begraben. Das grösste von der Explosion in Mitleidenschaft gezogene Gebiet ist die sogenannte Blowdown Zone. Die Energie des Ausbruchs reichte zwar nicht mehr aus, um das Land völlig zu vernichten. Doch im Umkreis von 30 Kilometern wurden jahrhundertealte Bäume entwurzelt oder wie Streichhölzer umgeknickt. Am Rand dieser Zone konnten die Bäume der Druckwelle standhalten. Doch ihre Äste sind verbrannt und zeugen noch heute, 30 Jahre nach dem Ausbruch, von der schier unermesslichen Gewalt der Eruption. An diesem Tag verlor der Mount St. Helens 400 Meter seines Gipfels und die komplette Nordflanke. Zurück blieb ein hufeisenförmiger Krater von zwei Kilometer Durchmesser. Nur wenige Wochen nach der Katastrophe beginnen Wissenschaftler, mit einer ersten Bestandsaufnahme unter ihnen ist der junge Charlie Crisafulli. Nichts hätte mich auf das gewaltige Ausmass der Zerstörung vorbereiten können. Alles war verwüstet. Es gab nichts als Asche und nirgends auch nur das geringste Anzeichen von Leben. Die ersten Suchexpeditionen sind gefährlich. Der Berg wird von Erdbeben erschüttert und kann jeden Moment wieder ausbrechen. Zu dieser Zeit entdeckte Charlie nur wenige Kilometer vom Krater entfernt einen kleinen dunklen Hügel frischer Erde. Was konnte die sengende Hitze so nahe der Ausbruchstelle überlebt haben? Ein kleiner, pelziger Nager. Die nördliche Taschenratte hatte dem Inferno getrotzt. Doch sein ehemals grünes Zuhause ist einer Mondlandschaft gewichen. Einige Taschenratten hatten den Vulkanausbruch unverletzt überstanden. Während das Land um sie herum in Schutt und Asche versank, gingen sie, gut geschützt in ihren Bauen, ihrem täglichen Leben nach. Im Sommer 1980 ernährten sich die Taschenratten von Wurzeln und Pflanzenresten, die ebenfalls vom Ausbruch verschont geblieben waren. Die Frage war, haben die kleinen Nager eine Chance, in dem verwüsteten Land auf Dauer zu überleben? Wird die Natur jemals wieder an die Hänge des Mount St. Helms zurückkehren? Jene Zone, die am meisten unter dem Ausbruch gelitten hat, ist die Pammes Plain, die Bimsstein-Ebene. Hier war extrem heisser mit Gas angereichelter Bimsstein mit hoher Geschwindigkeit über die Ebene gerast und hatte alles Leben vernichtet. In nur vier Stunden wurde das Land zu einer riesigen, sterilen Wüste. Nichts konnte das Inferno direkt am Fusse des Vulkans überlebt haben. 1982 flogen wir in einem Helikopter in geringer Höhe über die Pammes Plain. Plötzlich entdeckten wir eine einzelne Lupine, genau hier, nur einen Meter hinter mir. Wir landeten und untersuchten die Pflanze. Es war tatsächlich eine Prärielupine. Doch wie war die Pflanze hierher gekommen? Und wie konnte sie in dieser lebensfeindlichen Umgebung gedeihen? Der Samen dieser Pflanze, die hier als erste Wurzeln schlug, stammt wahrscheinlich von einer Lupine, die auf der der Explosion abgewandten Seite überlebt hatte. Die Fähigkeit der Pflanze mit Hilfe von Bakterien, Stickstoff aus der Luft zu binden, lässt sie auch auf kargstem Boden wachsen. Charlie machte eine weitere faszinierende Entdeckung. Die Lupine und die Taschenratte sind Teil einer nahezu unglaublichen Symbiose. Die kleinen Taschenratten ernähren sich fast ausschliesslich von Lupinen. Während sich die Nager unaufhörlich durch die verwüstete Landschaft graben, bilden die Lupinen eine verlässliche Nahrungsquelle. Im Gegenzug spielen die Taschenratten bei der Verbreitung der Blumen eine wichtige Rolle. In vieler Hinsicht ist die Taschenratte der Held der ersten Stunde. Sie hat entscheidend bei der Neuansiedlung vieler Pflanzen mitgewirkt und sogar die ersten Schritte für die Rückkehr des Waldes gesetzt. Die Taschenratte lebt unter der Ascherschicht in ihrer Höhle, tief in der fruchtbaren Erde. Durch ihr ständiges Graben vermischt sie diese Erde mit der an Nährstoffen armen Asche und transportiert wichtige Nährstoffe an die Oberfläche. Überall wo sich die kleinen Nager nach draussen graben, bildet sich ein idealer Nährboden für Pflanzen. Es ist das unermüdliche Graben der Taschenratten, das den Boden für die Wiederbesiedelung der Pflanzenwelt bereitet. Schon nach zwei Jahren haben Lupinen und Taschenratten den Boden so weit mit Nährstoffen versorgt, dass nun auch andere Pflanzen hier gedeihen können. Wenige Jahre nach dem Ausbruch leuchten an den Ufern des Spirit Lake wieder farbenprächtige Blumenwiesen. Den Blumen folgen Insekten. Überall entstehen nun kleine Oasen, in denen es krabbelt und summt. Die neue Vegetation bietet jetzt auch Deckung für die Falkennachtschwalden, die mitten in den Lupinen ihre Jungen großziehen. Während der vergangenen 30 Jahre hat Charlie Christopher Lee mehr als 1800 Tage am Mount St. Helens verbracht, um hier die Tier- und Pflanzenwelt zu erforschen. Ein befreundeter Fotograf hat in dieser Zeit tausende Bilder geschossen. Sie sind die Basis für diese Zeitraffer, die die Wiederkehr des Lebens anschaulich machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Heute hat sich am Fusse des Mount St. Helens eine kleine grüne Wildnis ausgebreitet. Weidenbüsche bilden ideale Versteckmöglichkeiten auch für kleine Säugetiere, die Charlie in mit Erdnussbutter und Haferflocken bestückten Fallen fängt. Jedes Tier wird sorgfältig registriert und genau bestimmt. So lässt sich herausfinden, wer, wann diese Oasen besiedelt. Eines der überraschendsten Forschungsergebnisse am Mount St. Helens ist, dass es auch kleine Säugetiere in diese Oasen geschafft haben. Sie sind in der Lage, weite Strecken durch lebensfeindliche Landschaften zurückzulegen und sich hier erfolgreich anzusiedeln. Wir haben die Fähigkeit dieser Tiere, grosse Entfernungen zurückzulegen, völlig unterschätzt. Das ist eine pazifische Hüpfmaus. Nach genauem Zählen, Messen und Wiegen können so zum Beispiel die Wanderungsbewegungen dieser kleinen Nage aufgezeichnet werden. Die Wapitis gehören zu den erfolgreichsten Pionieren am Mount St. Helens. Schnell haben sie das offene Land am Fuss des Vulkans wieder in Besitz genommen. Jahr für Jahr werden die Herden an den Hängen des Berges grösser. Unter den wachsamen Augen der Elterntiere macht ein Hirschkalb seine ersten wackeligen Schritte. Bis zur Brunft sind noch ein paar Monate Zeit. Doch dieser Hirsch scheint sich bereits jetzt wieder für die Weibchen zu interessieren. Auch die Wapitis sind ein wichtiger Faktor im Regenerationsprozess der Natur. Mit ihren Hufen brechen sie die hart gewordene Vulkanasche auf. So können Regen und Schnee die Asche mit dem fruchtbaren Boden vermischen. In ihrem Fell und mit ihrem Kot bringen die Wapitis Pflanzensamen in die karge Landschaft. In gewisser Weise säen die Hirsche ihr eigenes Grasland. Der Mount St. Helens wurde schon vor 1980 sorgfältig überwacht. Doch seit seinem Ausbruch zeichnen die Experten des US Geological Survey jede auch noch so kleine Regung des Vulkans auf. Regelmässig fliegt der Geologe John Major in den Krater. Denn seit dem Ausbruch haben die titanischen Kräfte im Inneren des Vulkans einen gewaltigen Lavadom heranwachsen lassen. John und seine Kollegen haben ein Netzwerk modernster Überwachungstechnik im Krater installiert. Diese Geräte gilt es zu warten und zu erneuern. Der Krater ist ein gefährlicher Ort. Giftige Gase strömen aus Ritzen und Spalten. Dazu kommt der allgegenwärtige Steinschlag. Das ist John Bages Arbeitsplatz. Wir verwenden verschiedene Instrumente, um einen möglichen Ausbruch vorhersagen zu können. Sobald sich im Inneren des Berges Magma bewegt, bricht der Fels und es werden Erdbeben ausgelöst. Diese Erschütterungen werden von unseren Seismografen aufgezeichnet. Die Bewegungen des Magmas verformen den Vulkan und diese Deformationen werden von unseren GPS-Geräten erfasst und vermessen. Schon kurze Zeit nach der Explosion war der Berg wieder aktiv. Der neuerliche Aufbau des Vulkans begann im Herzen des Kraters. Aus den Tiefen des Berges wurde heisses Gestein in die Höhe gepresst. Erdbeben erschütterten den Berg und immer wieder stiegen Aschewolken in den Himmel. In der Mitte der 80er Jahre ist ein Laberdom dreimal so hoch wie der Wiener Stephansdom entstanden. Seit 1986 wächst der Laberdom nicht mehr. Es ist ruhig geworden am Mount St. Helens. Vorherst. Als der Berg explodiert, rast mit der heissen Druckwelle eine gewaltige Geröll- und Schlammlawine in den Spirit Lake. Für Fische und alle anderen Lebewesen gibt es kein Entrennen. Das viele organische Material, das in den See gerissen wird, verändert die Chemie des Wassers dramatisch. Bald ist auch der Sauerstoff aufgebraucht. Aus dem glasklaren Bergsee ist eine lebensfeindliche Brühe geworden. Auf dem See treiben hunderttausende Bäume, die die Flutwelle von den gegenüberliegenden Berghängen mitgerissen hat. Dieser riesige Teppich aus Treibholz macht den See völlig unberechenbar. Schon beim leichtesten Windhauch driften die Bäume von einem Ufer zum anderen und blockieren oft über Tage ganze Buchten. Auch 30 Jahre nach der Eruption ist der Spirit Lake noch von unzähligen Bäumen bedeckt. Die Stämme der Douglasien wehren sich gegen Wasser, Wind und die ständigen Kollisionen. Die Hemlock- und Purpurtannen konnten den Umwelteinflüssen nicht standhalten und sanken. Sie bilden eine märchenhafte Unterwasserlandschaft. Charlie Crissafulli hat die langsame, aber stete erholt. Die Erholung des Sees dokumentiert. Schon 1983, drei Jahre nach der Eruption, gab es wieder Sauerstoff im See. Und das Wasser wurde allmählich klar. Anfangs war das Wasser so schwarz, dass man nicht einmal seine Finger sehen konnte. Ein paar Jahre später sah man wieder rund einen Meter weit. Dadurch konnte auch das Licht wieder tiefer in den See vordringen. Es bildete sich Sauerstoff, denn Phytoplankton, die Basis der Nahrungskette, hatte sich angesiedelt. Insgesamt gab es Ende der 80er Jahre wieder mehr als 135 pflanzliche Planktonarten im See. Davon ernähren sich tierisches Plankton und winzige Insekten. Seit Anfang der 90er Jahre unterscheidet sich die Nahrungskette im Spirit Lake kaum mehr von jener in anderen Bergseen. Bei seinen Fischzügen findet Charlie nun auch immer mehr Wasserflöhe im Netz. Diese Krebstierchen reagieren extrem empfindlich auf Schadstoffe im Wasser. Ihr gehäuftes Auftreten bedeutet, schon zehn Jahre nach dem Vulkanausbruch hat der See wieder seine ursprüngliche Wasserqualität. Viel früher als alle Wissenschaftler vorhergesagt hatten. Auch die Unterwasservegetation erholt sich schnell. Schon bald grünt und blüht es auch unter Wasser. Mitte der 90er, die nächste Überraschung. Eine Regenbogenforelle. Wie konnte der Fisch in den See gekommen sein? Die Vorstellung, dass einige Exemplare den Ausbruch im See überlebt hätten, scheidet aus. Das Wasser hatte buchstäblich gekocht. Und in dieser Brühe hätte kein sauerstoffatmendes Wesen überleben können. In den folgenden Jahren begann Charlie die Fische systematisch zu untersuchen. Doch anstatt der Lösung des Rätsels näher zu kommen, tauchten immer weitere Fragen auf. Alle Fische, die er fing, waren zwischen zwei und fünf Jahre alt und für ihr Alter viel zu gross. Die Größe der Fische lässt sich mit dem Nahrungsreichtum des Sees erklären. Aber die Tatsache, dass er kaum junge Fische fing, macht der Fachwelt nach wie vor Kopfzerbrechen. Wandern die Fische vielleicht aus höher gelegenen Seen in den Spirit Lake. Nach intensiven Studien scheidet auch diese Erklärung aus. In den Seen oberhalb des Spirit Lake gibt es keine Regenbogenforellen. Um die Herkunft der Fische zu klären, begann Charlie nun die Fische, genetisch zu untersuchen. Okay, we have a beautiful male here. Very bright coloration. Snout fork. 495. Eine Genanalyse des Gewebes der Fettflosse sollte zeigen, ob die Fische mit früheren Bewohnern des Spirit Lake oder mit Fischen in benachbarten Flüssen verwandt sind. Doch auch die ausgeklügelten gentechnischen Untersuchungen lieferten kein eindeutiges Ergebnis. Die Herkunft der Regenbogenforellen bleibt einstweilen eines der ungelösten Rätsel des Mount St. Helens. Viele geologische Geheimnisse konnten die Wissenschaftler hingegen weitgehend lösen. Die chemische Zusammensetzung des Magmas erklärt, warum der Vulkan als einer der explosivsten gilt. Das Magma, das der Mount St. Helens bei seinen Eruptionen ausstösst, erstarrt zu Dazit, einem Gestein mit sehr hohem Silikatgehalt. Und je mehr Silikat im Magma, desto explosiver die Eruptionen sind. Der Mount St. Helens war schon im Jahr 1480 ausgebrochen. Die Eruption damals war fast fünfmal so stark wie die im Jahr 1980. Der Berg, wie wir ihn vor 1980 kannten, ist ein relativ junger Vulkan und nicht mehr als 4.000 bis 5.000 Jahre alt. Das Gestein, das wir in den Kraterwänden sehen können, ist viel älter. Der Berg ist mindestens 300.000 Jahre als Vulkan aktiv. Der Ausbruch von 1980, so gewaltig und verheerend er auch war, ist bei weitem nicht die grösste Eruption in der Geschichte des Vulkans. Wir wissen, dass es in den vergangenen 20.000 Jahren mindestens vier grosse Erdrutsche gab, die den Berg in sich zusammenfallen ließen. Doch jedes Mal hat sich der Vulkan wieder selbst aufgebaut. Die Hänge des Mount St. Helens waren seit Jahrhunderten bewandert. Doch die von der Explosion ausgelöste Druckwelle walzte in der sogenannten Blowdown-Zone alles nieder. Aber nicht jeder Baum war betroffen. An manchen Stellen an der von der Druckwelle abgewandten Seite überlebten ein paar kleine Bäumchen. Sie bildeten die Keimzelle der Wiederkehr des Waldes. 15 Jahre nach der Katastrophe hat sich das eintönige Grau in zartes Grün verwandelt. Und heute sind schon wieder vereinzelt junge Bäume zu sehen. Am St. Charles Lake sorgte das hügelige Gelände dafür, dass sich die Druckwelle nicht gleichmässig ausbreiten konnte. Hier musste die Natur nicht völlig von Neuem beginnen. Dieser gesamte Talkessel wurde von der vollen Wucht der Explosion verschont. Der Bergkamm hinter mir hatte die Druckwelle abgelenkt. Man kann anhand der umgestürzten Baumstämme noch immer den Lauf der Druckwelle über die Hügel erkennen. Alle Bäume, die man im Hintergrund sieht und die heute sieben bis acht Meter hoch sind, waren damals kleine, von Schnee bedeckte Bäumchen. Der Schnee und die Berge schützten sie vor der heissen Druckwelle. Schon ein Jahr nach dem Ausbruch siedeln sich wieder Vögel in der Nähe des Berges an. Goldspechte gehören zu den ersten, die die abgestorbenen Bäume zu Nisthöhlen umfunktionieren. Heute bevölkern wieder Dutzende Vogelerden das Land am Fusse des Vulkans. Erdhörnchen und Murmeltiere haben sich dazu gesellt. Sogar die kleinen Streifenhörnchen haben den weiten Weg hierher geschafft. Im Mai 1980 waren viele Bergseen von Eis und Schnee bedeckt, als die Druckwelle über sie hinweg raste. Für viele Pflanzen und Tiere war dieser Eispanzer der rettende Schutzschild. Einige der Überlebenden sehen aus wie kleine Drachen. Es sind Larven des Querzahnmolchs. Beim Studium dieser faszinierenden Tiere hat Charlie während der vergangenen Jahrzehnte eine dramatische Veränderung ihrer Entwicklung beobachtet. Normalerweise bilden sich bei den Querzahnmolchen nach 15 Monaten die Kiemen zurück und die Tiere gehen an Land, um fortan im Schatten der Baumriesen zu leben. Doch diese Bäume gibt es nicht mehr. Und so durchleben viele Molche keine Metamorphose und bleiben im Wasser. Sie behalten ihre Lervengestalt und sind dennoch geschlechtsreif. Wenn man sich alle Tümpel und Seen am Fusse des Mount St. Helens ansieht, so zeigt sich, dass in diesen Gewässern die Anzahl jener Molche, die auch als Erwachsene im Wasser bleiben, viel höher ist als in anderen Seen. Das bedeutet, diese Molchart hat eine neue Überlebensstrategie entwickelt. Denn die Umwelt ausserhalb des Wassers ist für sie noch immer zu lebensfeindlich und bietet kaum Überlebenschancen. Querzahnmolcher, die ihre Metamorphose vollzogen haben, sehen sich allen möglichen Widrigkeiten ausgesetzt. Erbarmungslos brennt die Sonne auf die kleinen Tiere, die feuchtes Moos und dichte Ufervegetation gewöhnt sind. Diese Molch muss nun schnell kühlen Schatten finden. In den vergangenen Jahren wurden auch die durch den Vulkanausbruch neu entstandenen Seen von Molchen und Kröten besiedelt. Wie konnten sie den oft kilometerweiten Weg durch die sengend heisse Aschewüste schaffen? Hier zeigt sich, wie komplex und vernetzt Ökosysteme sein können. Vapitis und Taschenratten spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung der Molche. Die kleinen Nagel sind ohne Unterlass damit beschäftigt, ein weitläufiges Tunnelnetzwerk in den Boden zu graben. Bei ihren Wanderungen über die Aschewelder brechen die Vapitis immer wieder das Röhrensystem der Taschenratten auf. Diese Löcher sind willkommene Rastplätze für schattensuchende Amphibien. Hier ist es 10 bis 15 Grad kühler als in der Sonne. Doch Querzahnmolche sind nicht die einzigen, die schattige Höhlen zu schätzen wissen. In diesem Loch hat sich eine stattliche Polarkröte breitgemacht. Dem Molch bleibt das Schicksal der Heuschrecke erspart. Die Taschenratten scheinen von den Besuchen der Molche und Kröten nicht begeistert zu sein. Sobald sie irgendwo Licht entdecken, beginnen sie ihr Tunnelsystem so schnell wie möglich zu reparieren. Von Taschenrattenbau zu Taschenrattenbau. So haben es die Querzahnmolche Mitte der 90er Jahre bis zum Spirit Lake geschafft und den See wieder besiedelt. Im Nordwesten der USA kommt der Winter schnell. Meist bleibt der erste Schnee bereits im November liegen. Und dann bestimmen Eis und Kälte fast ein halbes Jahr das Geschehen. Der Vulkanausbruch hat das Klima am Berg nachhaltig verändert. Die tiefen Wälder von einst sind zur Bimssteinebene geworden. Lagen früher an den Hängen des Vulkans mehrere Meter Schnee, so sind heute auf der waldlosen Pammis Plain und am Ufer des Spirit Lake nur noch wenige Zentimeter der weißen Pracht zu finden. Auch der Spirit Lake selbst hat einen dramatischen Wandel erfahren. Das Treibholz verhindert, dass der See trotz klärender Kälte zufriert. Eis und Schnee im Überfloss gibt es hingegen im Krater des Vulkans. Hier hat sich ein gewaltiger Gletscher gebildet. Auf diesem Bild ist in der Mitte der Lavadom aus den 80er Jahren zu erkennen. Und das ist der neue Gletscher, der den Dom umschließt. Hier sind die Gletscherzungen, die langsam zu Tal fliessen. Dieses Bild aus dem Jahr 2005 zeigt eine dramatische Veränderung. Ein neuer Lavadom hat sich zwischen den alten Dom und die Kraterwand geschoben. Dabei hat er den Gletscher auf beiden Seiten des Doms nach vorne gedrückt, sodass sich die beiden Gletscherzungen vor kurzem am unteren Ende des Kraters vereinigt haben. Der Kratergletscher Mount St. Helens ist Nordamerikas jüngster Gletscher. Staub, Steine und Felsbrocken bilden im Sommer eine wirkungsvolle Isolierschicht. So konnte das Eis auf eine Dicke von 150 Meter anwachsen. Dieser Gletscher hat zwei Besonderheiten. Er ist der einzige Nordamerikas, der kontinuierlich wächst. Und der einzige, der ungewöhnlich schnell fließt. Der Grund dafür, der Gletscher ist zwischen dem Kraterrand und dem Lavadom gefangen. Und als der Dom langsam nach oben gewuchtet wurde, musste das Eis nach unten ausweichen. Die Gletscherbäche, die aus dem Krater fliessen, versorgen das Land am Fuss des Vulkans mit dem dringend benötigten Wasser. Milchig-weiss, durch vom Gletscher fein zermahlenes Gestein, transportieren die Bäche jährlich Tonnen von Nährstoffen in die Bimstein-Ebene. Als am 18. Mai 1980 die Nordflanke des Berges abrutschte, schoss der Grossteil der Steine und des Gerölls durch das Flusstal des Tuttle River. Heute liegt der Talboden fast 200 Meter untervulkanischem Schutt. Bäche und Flüsse mussten sich erst ein neues Bett graben. Es ist eine völlig neue Landschaft entstanden, die von Tümpeln und Seen geprägt wird. Auch hier sind es Vögel, die als erstes diesen Lebensraum nutzen. Nur sechs Jahre nach dem Ausbruch haben die effizientesten tierischen Landschaftsgestalter hier ihre Spuren hinterlassen. Die Biber sind zurück am Mount St. Helens. Mit ihren Dämmen bremsen sie den Lauf der Flüsse und milderen Flüsse. Und die starken Schwankungen des Wasserspiegels. In den künstlich geschaffenen Stauräumen siedeln sich Pflanzen an, die den Bibern wiederum als Nahrung dienen. Die von den Bibern aufgestauten Gewässer sind ein idealer Lebensraum für Frösche und Kröten. Überall auf der Welt sind Amphibien bedroht. Nur das Land rund um den Mount St. Helens ist eine Ausnahme. Hier entwickeln sie sich prächtig. Jedes Frühjahr wimmelt es in den Seen und Tümpeln von Millionen und Abermillionen Kaulquappen. Der Nachwuchs der Polarkräute ist auf Futtersuche. Das überreiche Nahrungsangebot lockt auch Jäger an. Unablässig stellen Strumpfbandnattern den kleinen Kaulquappen nach. An den Ufern wächst saftiges Gras und die dichten Büsche sind ein willkommener Unterstand für die Vapitis. 30 Jahre nach dem Ausbruch des Mount St. Helens hat das Leben Stück um Stück des verwüsteten Landes zurückerobert. Häufig war es ein harter Kampf, der viele Opfer forderte. Und über allem thront ein ständiger Bedrohung, der Vulkan. Denn der Mount St. Helens ist nicht erloschen. Ganz im Gegenteil. In den vergangenen Jahren war er wieder aktiv. John Major hat diese Aktivität mit Zeitraufferkameras dokumentiert. Die Bilder zeigen, wie die gewaltigen Kräfte aus dem Erdinneren, heisses Gestein so gross wie Hochhäuser aus dem Kraterboden pressen. In den Jahren 2004 bis 2008 entstand ein weiterer Lava-Dom. Irgendwann wird der Berg wieder zu seiner ursprünglichen Größe herangewachsen sein. Das mag Hunderte, vielleicht sogar Tausende Jahre dauern. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wir ein weiteres Anwachsen des Lava-Doms beobachten werden können. Seit Ende 2008 ruht der Vulkan. Der Druck im Inneren reicht nicht aus, um neues Gestein an die Oberfläche zu wuchten. Aber das kann sich wieder ändern. Es war einmal ein Berg, der einst binnen wenigen Minuten seinen Gipfel verlor und das Land ringsum verwüstete. Doch schon bald begannen Pflanzen und Tiere, das verlorene Paradies zurückzuerobern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die großen Helden dieser Geschichte sind die Lupine und die kleine Taschenratte, die ersten Pioniere im zerstörten Land. Das Ganze ist kein Märchen, sondern die wahre Geschichte von der Wiederkehr des Lebens an den Mount St. Helens. Die Geschichte vom Sieg des Lebens über Verwüstung und Tod. Doch diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Gespannt warten Charlie Crisafulli und John Major auf das nächste Kapitel in der so wechselvollen dramatischen Chronik dieses Vulkans. Ich würde nur allzu gerne einen weiteren Ausbruch erleben. Der Mount St. Helens war für mich 30 Jahre lang ein unerschöpfliches Forschungslabor. Ich wäre sehr gespannt herauszufinden, ob meine Forschungsergebnisse bei einem weiteren Ausbruch noch immer Bestand hätten. Das letzte Wort hat aber der Mount St. Helens. Es ist keine Frage, ob er wieder ausbrechen wird, sondern nur wann. Wann wird er zu neuem Leben erwachen und wie gewaltig wird der Ausbruch sein? Es ist keine Frage, ob er wieder ausbrechen wird.